Die Ameisen von Joachim Ringelnatz In Hamburg lebten zwei Ameisen. Sie wollten nach Australien reisen. Bei Altona auf der Chaussee, da taten ihnen die Beine weh. Und da verzichteten sie weise, denn auf den letzten Teil der Reise. So will man oft und kann doch nicht und leistet dann recht gern Verzicht. Das war die kleine Geschichte von Joachim Ringelnatz, die Ameisen.